Fasnachzeit, das heisst euch wieder die Zeit für Schnitzelbänke. Lustig, kritisch, alles ist da mit dabei, aber mich teucht, es ist wahrscheinlich nicht so einfach, die wirklich auf Papier zu bringen und die nachher euch sauber überzubringen, niemals zu übertrieben zu beleidigen, aber auch nicht irgendwie seicht sein. Mich teucht es ziemlich überall der Disziplin, aber Lust habe ich halt schon, auch mal selber mich zu probieren an Schnitzelbänken. Aber nur ein einzig trauen wir es nicht zu. Darum habe ich mir jemanden geholt, der absoluter Spezialist auf diesem Gebiet ist. Seit 21 Jahren sind die Tiefheeren unterwegs und einer davon ist natürlich Hans-Rödi, der da mitmacht. Und der ist jetzt quasi mein Lehrer in Sachen Schnitzelbänke. Salut Hans-Rödi, anfangs. Salut Dani. Du willst wirklich einen Lehrer Schnitzelbänke machen? Ja, nicht. Daraus musst du schon gar nicht zu. Von vornherein, oder? Also gut. Erstens musst du uns mal gut sehen. Und das gibt mir dir schon fast. Aha. Nicht mehr. Ja, haben wir die ganze Sache nachgelassen? Haben wir das direkt am Telefon schon gesagt? Ja, das ist schon gut. Aber ja. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal an, ich singe gut. Mit uns, Vli. Ich nehme mich als erstes so als Lektion Nummer eins. Wunder, was brauche ich für eine Motivation? Für alle, die wirklich sagen, ich will das. Was brauche ich da? Warum sollte ich eigentlich Schnitzelbänker werden? Ich bin mir selber gar nicht so sicher. Also die Motivation ist erstens die Leute unterhalten. Das ist das Wichtigste. Und selber frei zu haben, Schnitzelbänke zu machen. Die ganze Arbeit, die du vorgängig hast. Und dann einfach den Leuten unterzübeln, was du sagen willst. Du kannst auch kritisch sein. Du kannst etwas auf Missstände aufmerksam machen. Das war eigentlich der Grundgedanken der Schnitzelbänke früher. Aber jetzt, wenn ich von mir persönlich in uns gehe, einfach den Leuten Freit machen und die Leute unterhalten. Das ist die einzige Motivation. Das ist schon mal einfach. Okay, habe ich gespeichert. Jetzt hast du schon angesprochen. Es geht um die Arbeit, die man da investiert. Ja, wie viel Arbeit müsst ihr da investieren? Also wenn jetzt so, ja, Freitagnachmittag zwei Stunden dahinter gehen, dann bin ich gut unterwegs, oder? Ja, das ist aber ein Hörerkrieg. Das ist wirklich gut. Also, Themen liegen ja auf der Strasse. Das kannst du heutzutage überall nachschauen, im Internet, oder die Zeitung lesen. Zum Beispiel, wenn ich heutzutage alles erboten lesen, da ist zum Beispiel das drinnen, von der Unterführung, von der anderen mit dem Auto durch ist zum Beispiel. Das wäre ein gutes Thema, aber das kannst du noch einmal zu Fisch bringen, weil die Priege kennt das wahrscheinlich schon wieder lieber mehr. Also, Lokalpatriotismus, also lokale Themen, sind erwünscht, aber wir gehen auch zu leichter spielen. Wir gehen auch früher zu Fisch, zu Fisch, und da kannst du nicht überall dasselbe bringen. Und, äh, was wir jetzt machen bei uns, wird die hauptsächlich die Wente suchen. Also, die Wente ist das Wichtigste. Wenn du die Wente einmal hast, probierst du das so auszuschaffen, dass es wirklich euch reimt, und dass jeder es so bringen kann, dass die Leute euch lachen müssen. Und das ist die grosse Herausforderung. Und, da bist du natürlich stundenlang dahinter, hinten mal an einem einzigen Vers, bis alles zusammen so stimmt, dass man es bringen kann, ohne jemanden zu beleidigen, ohne persönlich zu werden, und einfach die Leute zum Lachen bringen. Und der vertritt sogar, dass du zwischendrin mal unter der Gürtellinie bist. Gut. Jetzt, äh, Wemo Schnitzelbänkler will sein, wenn ich mir das vornehme, was brauche ich denn so für Eigenschaften, was muss ich sicher mitbringen, damit das gut kommt? Also, ein sicheres Auftreten vor den Leuten, einigermass eine Stimme, losessend auf mich. Nein, äh, einfach die Freiheit an dem, was du machst. Die Freiheit ist das Wichtigste. Und natürlich ein bisschen Fasnächtler muss man schön sein. Aber umgekehrt, in dem Fall, No-Go wäre ich sicher, wenn man keine Bock auf Fasnächt hat, dann kann man es gerade so sein. Das kannst du vergessen. Weil da ist ja die Gefahr, wenn du Schnitzelbänke machst, das Plätzchen nur darauf ausgehst, die Leute zu beleidigen, oder einfach, äh, gräb grob zu werden, das darfst du nicht. Das musst du einfach uns mit zu aufpassen. Ich zum Beispiel, singe man nie über jemanden, den ich nicht mag. Ich nur über solche Singen, die ich gut mag. Und sobald, dass jemand überhaupt nicht magst, dann ist es gefährlich, dass du zu grob wirst. Und nachher lässt du es ganz gescheiter sein. Ja. Das so ein paar erste Tipps, quasi die Lektion Nummer eins, die wir zu Hansröse gibt, in Sachen Schnitzelbänke. Und die Lektion Nummer zwei, die seht ihr morgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.